So drei Leute niederstrecken oder vier war das ne, das kriegt man ja eigentlich hin. Außer die sind alle übelst krass und bullien mich. Und da sind welche. Bam! Tolle in die Fresse. Oh fang! Ich hau dir ein blaues Auge. Ja, komm. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass die Michaela. Ja, da wäre ich direkt nach oben gegangen. Danke für Stufe 2. Hehehe. Mein Schlong hinterher geschmissen. Uhuhuhu. Uhuhuhu. Gute sehen. Hä? War das nicht der Jender, der durch ist. Ne, da hinten. Den haben sie gemacht. Das ist sehr gut für mich. Der war sowieso out of range. Oh, die Fang war auch hier irgendwo. Er läuft halt dahin, wo ich gar nicht hin muss. Gut, und da sind sie alle. Einmal wieder neu infiziert. Das ist richtig und wichtig. Das ist richtig. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Weil die doch relativ effektiv sind. Oh! Okay. Brauche ich denn jetzt noch Gents? Da oben, da hinten. So, er kann da verrotten. Okay. Okay. So, er kann da verrotten. Okay, jetzt musst du. Oder auch nicht. Ein bisschen Geißelhaken. Weil sie hingen schon am Geißelhaken, glaube ich. Oh nein, die blendet hier die Zombies. Die blenden beide die Zombies. Seid ihr irgendwie dumm? Ja, komm. Ich nehme die mit 35 Stunden. Easy. Ich bin sogar noch von Groupie belästigt, Alter. Ist ja super. So, guck mal. Ich will ja nicht die Fang. Sondern ich laufe ja Generatoren ab. Was macht sie? Jetzt wird es interessant, wo die Ada ist. Okay. Was fängt? Schau mal! Ada, ich mag das nicht, wenn man mich verarscht. Ja, gut, damit... Ich sagte gerade, ich mag das nicht, wenn man mich verarscht, ja? Das ist frech, Ada. So lange ist mein Schlong nicht. Ja, das war... Falsch von ihr. Okay. Okay, die beiden Mädels sind Deadhook. Und der Maxi ist... Noch nicht Deadhook. Und er macht eiskalten, Jen. Ah! Er hat die ganz knapp noch abgehangen. Aber ich denke mal, dann wird's jetzt... Einen kriege ich noch. Die werden sich nicht an die Gents setzen. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich sind die da hinten und healen. Aber der Zombie läuft hier lang. Wo du noch öfter hängen kannst... Nämlich dich. Das wäre frech, wenn die Ada... Das wäre frech, wenn die Ada... Eiskalt Generatoren macht. Kann hier trotzdem nochmal gegenkicken, ne? Für Pop. Dass ich den los bin. Und für die Punkte... Da ist sie. Spuren. Die geht retten. Okay. Na, er ist dann auch erst mal beschäftigt. Schreize! Schreize! Ja, und das ist dumm. Er hat sich selber in die Falle gelockt. Hätte sie halt noch easy wegkommen können, ne? Während ich die Wand einschlag. Hätte sie vielleicht noch ein paar Sekunden rausgeholt. So, dann suchen wir mal den Dude. Ich hab da so ein... Mori, was ich gerne benutzen würde. Keine Stream-Erlag-Luke. Ey, aber wenn er so kriegt, ne? Ey, aber wenn er so kriegt, ne? Keine Chance mehr. Oh, er hat flinkt. Ach, Brudi. Du wiggelst. Oh, es geht! Oh, es geht! Sehr gut! Oh, es geht nicht! Punkte, 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 Punkte für mich. 37.000, das ist gar nicht mehr so viel. Im Vergleich zu den letzten Runden im Halloween-Event. Also mein Highlight war jetzt, Survivor 100.000 Punkte zu schaffen. Ein Father's Day rein, ne? Boah! Schaut jetzt mir gleich wieder am ganzen Körper. Ah, mal gucken. So, die Fleischfabrik. Ich würde sagen, sind alle Generatoren blockiert. Aber ne, das ist ja mein... ...mein Aura-Perk. ...mein Aura-Perk. ...ein Aura-Perk. ...mein Aura-Perk. ...mein Aura-Perk. Ah, okay, sind aber schon Wichtige Paletten, die weg sind Okay, es zählt Uh, die hat sie gut gezogen Dass sie jetzt geteabagt hat, verstehe ich nicht, weil so krass war das nicht Das sind wichtige Paletten, die ich gerade wegziehe Bei ihr habe ich alle drei Hits gelandet für die Aufgabe Gefällt mir Ah! Ah! Na komm, gib mir die Palette Er bleibt hier Der war gerade Nicht so schön Aber schön, dass ich hier genau vor die Fresse gesprungen bin Ach komm Da war mein scheiß Ärmchen zu kurz Mir ist eigentlich gerade Schnurzpiep egal ob ich Winne Ich bin Na, ich höre doch da jemanden, der mich wahrscheinlich blenden wollte. Mach ruhig. Boah, sie sind alle hier. Ja, sie hat flink. Ich finde das gut, wenn die hier alle Paletten wegziehen. Zu 50% klappt das, dass du die trotzdem hittest. Die waren doch hier gerade alle am Healen. Ich finde irgendwie Geisty trifft oft nicht, als wenn seine Waffe zu kurz ist. Wo andere treffen würden, ne? Aber jetzt zieht er das Ding. Oder auch nicht. Oder doch? Danke. Danke. Das war's. So, wo ist sie hin? Die fangen an, mich zu unterschätzen, ne? Das ist gut. Das gefällt mir. 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 Das gefällt mir.